Hallo, hier ist Ronja und die Isirich. Wir gründen heute unseren eigenen Zoo. Wir sind hier in einem wunderbaren Land mit Tieren, die wir dann sammeln können und in unseren Zoo packen. Und dann hoffe ich, dass das alles am Ende schlecht wird. Ich will Schnecken haben in meinem Zoo. Schnecken? Nein! Okay, warte, warte, warte. Ich glaube, wir müssen hier erstmal einen Coin uns schnappen, beziehungsweise ein paar. Das ist eins von diesen wunderbaren Spielen, wo man klickt und dann Coins kriegt und jetzt sagt der Meister hier, Hurra, du hast es geschafft. Du kannst nun das Atlantis-Biom erforschen und ein paar Tiere fangen. Atlantis-Biom? Finkt gut. Und dann beim Atlantis. Hier musst du herkommen. Ah, da bist du schon. Training Area. Um meine ersten Tiere zu fangen. Warte, 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 ich bin unterwegs. Mein Meister im Tutorial möchte hier noch nicht aufhören zu reden. Wir kommen nach Atlantis. Ein Whoppy soll es geben. Wie süß. Was ist denn ein Whoppy? Du kannst schlechtere und bessere Whoppy fangen. Oh, okay, das ist ein Zwei-Sterne-Whoppy. Das andere ist alles... Nein, der hat den Zwei-Sterne-Whoppy geklaut. Oh nein! Das war ein guter. Frechheit. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal ein paar Whoppy fangen. Wie fangen wir die? Oh nein, die sind geflohen. Nein, die wilden Whoppy sind geflohen. Die wilden Whoppy ist erwähnt. Oh, das sind Zwei-Sterne-Whoppy, das ist ein guter. Ja, ich habe ein Zwei-Sterne-Whoppy. Hast du ihn gefangen? Ja. Roller, nein! Jetzt in meinem Zoo. Ich würde mir wahrscheinlich mehr als ein Whoppy holen, weil das wäre ziemlich traurig, wenn das Whoppy alleine... Ja, das denke ich mir nämlich auch, aber das geht nicht. Hier. Oh nein, dein Biom ist voll. Du musst erst ein Tier freilassen. Ah! Ab Level 5 kriege ich einen zweiten Slot, dann kann ich mir noch ein zweites Whoppy leisten. Was bin ich jetzt für ein Level? Du bist schon 5. Ich weiß nicht, welches Level ich bin. Welches Level bist du? Ich weiß, ich wüsste es gerne. Ja, ich bin 5 und du bist 0. Warum bist du schon 5? Bisschen mehr klicken, weißt du? Bisschen mehr klicken. So wie du das auch selber manuell machst, auf jeden Fall. Komm schon. Es geht nicht. Es geht nicht mal. Ich habe mir einen Autoklicker runtergeladen. Ich weiß. Es geht nicht. Ich kann nichts tun, ja. Warte, funktioniert der echt nicht? Nein, der funktioniert echt nicht. Ich muss wirklich manuell klicken. Ich weiß nicht genau. Jetzt darf ich 60 Sekunden nicht mehr klicken. Was ist denn das hier? Reichheit. Wie bist du denn die Level hochgekommen, frage ich mich. Weiß ich nicht. Ronja, so steht hier. Ronja hat 635 Coins und hat schon einen Tag gespielt. Heute quasi. Ja, heute. Also vor. Wow. Hat es dann auch angefangen. Oh, warte, warte, warte. Hier. Slot 5. Frag mich, was Volcano kostet, dahin zu kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit den Leveln hier funktioniert. Aber ich kriege das noch raus. Okay, warte mal. Ich bin einfach nur Dummi. Und ich kann mehr Waffis holen. Ja, ja. Dann kann ich sogar zwei holen. Dann ist es eine kleine Waffi-Familie. Oh, endlich. Juhu. Okay, warte. Oh mein Gott. Zweieinhalb Sterne, Waffi. Zack. Hab ich. Zweieinhalb Sterne? Zweieinhalb Sterne. Das ist sowas wie ein Premium-Waffi. Hier ist noch einer. Den nehme ich mir auch. Oh nee, der ist weggegangen. Oh mein Gott, noch einer. Ich glaube es ja nicht. Warte, ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Was ist denn ein Flamintik? Nur andere Sterne. Oh mein Gott, hol es dir schnell. Nein, ich kann nicht. Warte, ich muss nur Waffi releasen. Nein, das Flamintik ist weg. Nein, er hat es. Er hat es geklaut. Oh, was ist das? Das sind nur Waffis. Okay, auch ein Sterne Waffi. Oh, hier ist eins. Hier ist noch eins. Hol es dir schnell. Vereil dich. Er ist geflohen. Oh no, das wilde Flamintik. gefangen werden von mir. Oh, drei Sterne Waffi. Drei Sterne Waffi, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Oh mein Gott. Das ist, äh... Je mehr Waffis du hast, desto schneller kriegst du auch Geld. Oh, und? Du musst dann klicken. Ich kann ins nächste Biome, vor allem. Oh, wirklich? Ja. Warte, für 50.000 Gold schon? Nein, 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 für 1.000. Links von der Brücke ist noch eins. Und zwar ist das das Äther-Level. Ah. Ja. Aha. Oh mein Gott, das hat... Oh, wie schön. Wollen wir zusammen mal in den Äther gehen? Ja. Bist du schon da? Äh, noch nicht. Ich laufe gerade hin. Ich mag, dass man so schnell rennt. Hier bist du dran. Hier ist die Regenbogenwelt. Oh, das ist die Regenbogenwelt. Oh mein Gott. Oh, die sind süß aus. Prismos. Prismos. Er hat zwei Sterne. Zwei Sterne. Ich habe eben schon einen für zweieinhalb gesehen. Oh, man kann über das Weiße laufen. Okay. Zweieinhalb. Ich nehme mal den zweieinhalb Sterne. Yay. Die Waffis bringen mir, glaube ich, nicht so viel Geld. Ich kann noch mal drücken während des... Oh, die Klicks bringen jetzt zweieinhalb Tausend Coins. Ne, zweieinhalb. Was? Nur zweieinhalb Coins? Ich habe gerade gedacht. Oh, wow. Die bringen so viel. Zweieinhalb Tausend. Nein. 2,6. Volltricks gefangen. Hier gibt es noch andere. Oh, was? Warte, hast du... Warte, ich komme an deinen Zoo. Ich will mir das angucken. Ja, ja, ja. Kommen Sie her. Bitte schön. Das Volltricks ist ja cool. Sieht voll hübsch aus, ne? Das sieht total hübsch aus. Ja. Ich will es klauen. Vergiss, es ist jetzt mein. Nein. Ich lasse die nachher alle wieder frei. Du bist schon Level 50? Was bin ich? Du kriegst irgendwann 58. Schon 50 bin ich schon. Wie? Da hat wohl jemand doch einen Autoklicker installiert. Ja, haha. Nein, da bin ich nicht. Ja, sagst du jetzt. Prismus, komm her. Nein, jetzt hat jemand weggeklaut. Wir alle kennen die Wahrheit. Ja, ja. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Wo hättest du das denn? Du bist doch gar nicht da. Oh, hier ist auch... Oh, nee. Prismus ist das normale. Ich habe mich schon gefreut. Naja. Yeah. Ja, dann nehme ich sonst den Zwei-Sterne-Prismus mit. Das ist ja auch okay. Kein Drei-Sterne da? Ich finde kein Drei-Sterne, nee. Oh, no. Hier ist ein Stern, ein Stern, zweieinhalb. Warte, vielleicht kann ich den fangen. Dann release ich meinen Zwei-Sterne. Ja, okay. Halber Stern mehr. Muss reichen. Was wäre denn das nächste Biom? Was kommt danach? Ähm, ich gucke mal. Ich komme mal nach Hause. Danach kommt, glaube ich, je nachdem, was wir uns leisten können, 50.000 Coins. Also der Vulkan. Was meinst du, gibt es für Tiere im Vulkan? Oh mein Gott, 50.000 Coins kostet der Spaß. Ja. Voran, ne? Ich bin jetzt am Klicken, wie Isis Autoklicker ebenfalls. Ich habe keinen Autoklicker. Ich habe ihn schon gelöscht. Ja, ja. Hier ist wieder eins. Hier ist wieder eins Voltrix. Willst du es haben? Äh, ich bin gerade zu Hause. Ich muss gerade Geld verdienen. Ich habe nämlich keinen Slot mehr. Ich bin nämlich fast schon bei 50.000 Coins, Ronja. Ehrlich? Ja, ja. Und du kriegst so viel Geld. Das ist so wild. Bin ich dann immer? Äh, ja. Ich möchte dir den Superbutton kaufen. Ja. Wie kommt das, Isi? Dass du so viel Geld hast. Das wäre verdächtig. Ja, oder? Ja. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, komplett unabhängig von deinem vielen Geldgrund zufälligerweise gebannt wirst, was der Exemora liegt. Weißt du, das ist eine Möglichkeit, die passieren kann. Nicht gebannt. Hast du schon Volcano 4? Ne. Ich habe ja den Volcano noch nicht freigeschaltet. Du hast den Volcano noch nicht. Ich will am Superbutton klicken. Wie ein ganz großer. Okay, ich habe mir jetzt noch einen Woffi gefangen. Ja, dann jetzt habe ich schon vier. Und noch ein Prismus, weil ich finde einfach easy ist hier nicht. Es ist unmöglich. Aber jetzt habe ich genug Geld für den Vulkan. Hast du genug Geld für den Vulkan? Ich bin doch schon längst bei Vulkan, Ronja. Ich warte doch schon auf dich. Ja, alles klar. Ich komme rein. Nein, ich bin gerade wieder noch rausgegangen. Nein. Uh, Flampix. Die sehen auch süß aus. Ja. Okay, zwei Sterne. Zwei Sterne. Haben wir denn hier noch was mit? Uff. Halberstern. Zweieinhalb. Okay, ich glaube, den versuche ich mir mal zu schnappen. Ja. Nice. Habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Warte mal, was kostet das nächste? Als nächstes haben wir Powerplan. Also Powerplan. Also Tonkraftwerk. 100.000 Coins. 100.000 Coins. Ja. 500.000 Coins. Habe ich gerade nicht rumliegen tatsächlich, wie es sich herausstellt. Ja, dann hilft wohl nicht Superbutton. Superbutton. Ich gehe jetzt ein paar Worfies fangen. Das ist schön. Wolltest du wieder einen Superbutton rauskommen? Ich bin schon dabei, Easy. Ich bin schon am Superbutton. Oh, ein Superbutton ist vorbei. Schade. Schade, schade Schokolade. Und jetzt zwei Flambix. Zwei Flambix? Flaminix. Genau. Zwei Sterne und eins sind sogar zweieinhalb Sterne. Oho, warte, warte. Ich bin sofort da. Atlantis. Komm schnell, komm schnell. Ist es noch da? Ist es noch da? Ist es Atlantis, oder? Ja. Ja, ja. Ganz am Anfang. Da ist es. Da ist es. Holt es dir. Also wird schwierig. Aber ich glaube, ich habe sogar einen Flambix. Nee, ich habe nur Worfies. Hier, Release. Und dann? Warte, hoffen. Ja! Ja? Ja! Oh mein Gott. Ja, danke. Ich habe erst 100.000. Ich glaube, das ist noch eine Weile hin, bis ich auf die Powerplant komme. Okay. Ich habe gegrindet. Und 500.000 Coins, ja? Yes! Oh, warte. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich habe gedacht, das wird hässlicher. Wegen dem Kraftwerk-Ding. Aber hey. Dann, äh... Bist du schon da? Warte, bist du schon drin? Nein, warte auf mich, Ronja! Okay, ich warte auf dich. Ah, da bist du. Hier, okay. Okay. Und rein da. Uh! Oh, da gibt es auch verschiedene. Da gibt es ein Ele-Buddy. Oh mein Gott, guck mal, das Ding da. Und das ist, glaube ich, richtig cool. Oh, das sieht cool aus. Ich glaube, ich will das fangen. Ja! Hast du es? Ja, ich habe es jetzt. Warte, hier ist... Die Ele-Buddies sind aber auch super süß. Die sehen ein bisschen aus... Ähm, ich weiß nicht. Hast du Pokémon gespielt? Ja, ja, ich weiß. Wie die so... Sie sehen ein bisschen aus wie ich, ne? Oder Minum. Ja, ja. Oder keine Ahnung, wie man die ausspricht. Oh, die sind auch so süß. Oh, guck mal, hier ist ein Drei-Sterne-Ele-Buddy, falls du das willst. Oh, ja, wo ist es? Hier, hier. Oh, das wird eh weglaufen. Die laufen alle mal weg von mir. Nee, das läuft nicht weg. Aber ich habe das Gefühl, die kriegen mehr Sterne, je höher das Level wird, oder? Weggelaufen. Oh mein Gott. Das Ding, was ich gefangen habe, bringt mir so viel Geld. Ich habe jetzt schon wieder eine Million. Eine Million? Ja. Nein! 1,2. Holy moly, was? Okay, warte, ich bin gleich Level 10 in Stromkraftwerk, dann kann ich mir nämlich noch eins holen. 13 Millionen habe ich in petto. 14. Hier ist noch eins. Das hast du. Ah, ich habe es nicht. Oh, hau, schade, ist es weggelaufen. Er ist weg. No. Und die laufen alle weg von mir. Hier sind zwei Sterne. Habs. Hast du noch verbleiben, dein Ding? Ja, ich habe... Oh mein Gott, warte, da hinten ist noch eins. Ich glaube, ich muss meinen Eder-Buddy wegschmeißen. Hilft alles nichts. Boah, der hat zweieinhalb Sterne. Hauntron. Oh, weggelaufen. Nein, die laufen immer weg. Ich habe so viel Geld, Izzy, ich weiß gar nicht, wohin damit. Na, geh ins nächste Biom doch. Zweieinhalb. Oh mein Gott. Oh mein Gott, doch, wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe 60 Millionen. Oh mein Gott. Die laufen alle weg. Hallo, ich habe einen wunderschönen Zoo. Ihr, du bist auch weg. Komm zu mir. Da, endlich. Okay. Hast du einen? Ja, ich habe eins. Oh mein Gott. Ich kriege 3,2 Millionen pro Sekunde. Oh mein Gott. Okay, ich habe genug. Was? Das ist ja wild. Das ist ja richtig explodiert gerade. Davor habe ich das... Ja. Ich weiß nicht, ihr habt das nicht gesehen, aber Izzy und ich haben locker eine halbe Stunde rausgecuttet, wo wir einfach nur auf die Power-Buttons geklickt haben. Und das ist Spam. Oh, das nächste ist der Friedhof. Oh, die sehen süß aus. Echt? Was ist da? Die heißen Nebula. Das sind so kleine... Oh. Das sieht ein bisschen aus wie deine Korra. Echt? Aus Minecraft. Ja, ja. Warte, ich fange mal eins, dann kann ich es dir zeigen. Ja. Es geht weg. Blödes Viech. Komm her. Komm in mein Zoo. Ja. Hab's. Oh, warte, 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 warte. Da hinten ist ein Seltenes. Das will ich. Na komm. Okay, warte, ich will... Das sieht ja süß aus. Release. Capture. Weggelaufen. Na klar. Natürlich. Man kennt es nicht anders. Sie rennen alle weg. Sie wollen nicht in meinen wunderbaren Zoon. Oh. Oh, oh, oh. Hast du noch einen? Nee. Aber da war gerade ein Seltenes mit drei Sternen, deswegen habe ich gedacht, wenn ich das kriege, dann ist es komplett vorbei. Bist du zurück, sagst du die Kopf? Ja, du kannst schon mal zu mir kommen, aber ich fange die noch, weil ich kriege irgendwie meins nicht. Hier, dich. Du kommst. Hör doch mal wegzulaufen. Hallo. Hallo. Jetzt wird es ein Witz. Ist es ein Witz? Das ist traurig. Der Friedhof bei dir zu Hause ist voll leer. Ja. Oh, ich habe eins gefangen. Fein. Okay, gut, deine Hause. Ja, ich sehe es. Das ist ja hübsch. Das ist hübsch, oder? Okay. Wir sind eine Art kleiner Geist, irgendwie sehr glitzert. Ja, ja, ja. Okay, ich glaube aber, mein Zoo, der versorgt sich jetzt schon von selber. Oh, sie schreibt Wow. Will ich dir ein Wow geschrieben bei deinen Hunden? Ja, die sehen cool aus. Ja, die sind echt cool. Okay, gut, dann war es uns aber mit dieser Folge von Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Da machen wir auch coole Videos und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und tschüssi. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.